Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video und ich grüße euch zu einem neuen Tech-Test-Video hier auf meinem Kanal und ich grüße euch zu einer neuen Firmware-Analyse. Denn für den AG CS OLED TV ist jetzt auch das Firmware-Update 03.20.40 erschienen, welches jetzt auch die tollen Funktionen wie Dolby Vision Precision Rendering oder das bessere Near Black Handling hinzugefügt hat. Das war für mich Grund genug zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt auch den AG CS mit einer Firmware-Analyse an und schauen mal, was hat sich dann an AG CS mit diesem Firmware-Update vielleicht noch verbessert und wie sieht denn das Near Black Handling an sich so aus. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, ähnlich wie der AG C2 und G2 mit dem Firmware-Update 03.20.24 bzw. 4.0 hat jetzt auch der AG CS mit diesem Firmware-Update das große Feature-Paket bekommen in Form von Dolby Vision Precision Rendering, die Unterstützung des AV1-Kodex mit 60 Megabit pro Sekunde, ein besseren Near Black Bereich und so weiter. Den kompletten Change-Log habe ich euch aber unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass ich jetzt hier für dieses Video mir natürlich jetzt die Chance gegeben habe und gesagt habe, okay, ich schaue mir den AG CS jetzt nochmal im Detail an, ähnliches wie ich es mit dem C2 und G2 gemacht habe. Ich habe mir die HDR-Spitznelligkeiten nochmal angeschaut, den Auto-Brightness-Limit habe ich mir angeschaut, als auch die Farbwerte und natürlich auch das Dolby Vision Precision Rendering und auch den Near Black Bereich. Aber bevor wir jetzt auf diese ganzen Ergebnisse darauf eingehen, würde ich erstmal sagen, dass ich euch erkläre, was ist Dolby Vision Precision Rendering. Dolby Vision Precision Rendering oder auch Dolby Vision Präzisionsdetail ist eine Technologie von Dolby für Dolby Vision. Das ist jetzt kein Bildverschlimmbesserer, wie zum Beispiel der automatisch dynamische Kontrast oder auch der Super Resolution. Nein, sondern es ist eine Erweiterung für Dolby Vision. Damit ist es möglich, im Kino-Home-Modus als auch im Standard-Modus die Dolby Vision Metadaten anders zu behandeln. Also der iPhone 9 Gen 5 Prozessor kann mit seinem erweiterten Befehlssatz als auch mit der höheren Geschwindigkeit Dolby Vision Metadaten deutlich besser verarbeiten und dadurch in hellen Bildbereichen wesentlich mehr Details herausrechnen. Das müsst ihr euch so vorstellen, dieses Dolby Vision Precision Rendering ist ein Teil des Fernsees und hat nichts mit dem Dolby Vision Signal zu tun. Das auf jeden Fall hier nochmal klar dargestellt. Auf jeden Fall ist es jetzt so, wenn man sich jetzt Bildmaterial angeschaut zwischen dem klassischen Kino-Modus, welcher der Dolby Vision Referenz-Modus ist, und dem Kino-Home-Modus mit aktivierten Dolby Vision Precision Rendering, sieht man deutlich, dass die Details wesentlich besser werden, dass die Leuchtstärke wesentlich besser geworden ist und auch der Kontrast. Wenn Licht durch Haare scheint, wirkt es wesentlich plastischer und detaillierter. Hauttexturen wirken wesentlich plastischer und auch detaillierter und natürlich auch an sich solche Darstellungen wie Himmel oder auch Pflanzen und so weiter wirken durch, wenn diese bestrahlt werden, also beleuchtet werden, wirken diese wesentlich realistischer bei der entsprechenden Spitzenelligkeit. Und das ist vor allem der große Vorteil von Dolby Vision Precision Rendering. Dort wird angesetzt, Details in hellen Bildbereichen so plastisch und realistisch wirken zu lassen im Vergleich zum klassischen Dolby Vision im Kino-Modus. Das ist Dolby Vision Precision Rendering und das funktioniert auf dem AG-CS genauso gut wie beim AG-C2 und G2. Der G2 ist hier natürlich durch seine höhere Spitzendigkeit nochmal deutlich im Vorteil und kann Precision Rendering noch wesentlich besser anwenden als jetzt der C2 und CS. Aber auch der AG-CS profitiert ganz deutlich von Dolby Vision Precision Rendering. Ja, auch der AG-CS hat ein besseres Near-Black Handling bekommen. Vor allem der AG-C2 und G2 haben hier nochmal deutlich nachgelegt und haben jetzt die sowieso referenzartige Near-Black Darstellung auf ein ganz neues Level gebracht und arbeiten jetzt im perfektem Niveau. Beim AG-CS war es ja in meinem Review-Video auch klar zu sehen, dass die Near-Black Darstellung nicht so gut ist wie beim C2 und G2 noch vor dem Update. Jetzt das neue Firmware-Update 03.20.40 hat dieses Problem tatsächlich gelöst und der AG-CS hat jetzt die gleiche Near-Black Darstellung wie der AG-C2 und G2 vor dem Update. Also wir haben jetzt noch eine Diskrepanz zwischen dem CS und dem C2, aber der CS hat jetzt eine deutlich bessere Near-Black Darstellung und bewegt sich jetzt hier deutlich über dem Level des Samsung S95BQ, die OLED-TVs oder auch dem Sony A80K OLED-TV. Dementsprechend hat der AG-CS jetzt quasi die Referenz angenommen von dem AG-C2 vor dem Update und das würde ich sagen, kann man durchaus feiern und ist ein Daumen nach oben wert. Ja, das sind die Dinge, die AG jetzt offiziell implementiert hat. Was noch hinzugekommen ist bzw. repariert wurde und was ich jetzt hier durchaus erwähnen möchte, ist der Kino-Modus von Dolby Vision. Dieser wurde jetzt repariert und ist jetzt nicht mehr so hell, sondern entstellt Dolby Vision korrekt da. Also für alle die Leute, die den Kino-Modus wirklich bevorzugen, der Kino-Modus hat jetzt auch die korrekte Darstellung. So, jetzt machen wir mit den Ergebnissen weiter, die ich selbst gesammelt habe im Vergleich zur Firmware-Version zuvor. Ich vergleiche das jetzt aber mit meinen Messergebten aus der Review-Version, also die Firmware-Version, die ich in der Review hatte. Die blende ich euch jetzt auch hier an dieser Stelle nochmal ein, dass ihr das wisst. Also ist jetzt ein kleiner Versionssprung dazwischen. Das sollte aber auch generell der Versionssprung sein bei allen, da der AG-CS das Firmware-Webdate 0.3.20.40 generell bekommen hat und 2.4 übersprungen hat. Das nochmal an dieser Stelle. So, also wenn wir uns jetzt die Farbwerte so anschauen, sehen wir hier erstmal als erstes im Filmmaker-Mode, dem vergleiche ich jetzt hier, keine großen Änderungen. Zumindest wenn wir jetzt so direkt auf den ersten Blick drauf schauen. Im Detail sieht man aber schon deutlich, dass jetzt hier ein bisschen was sich getan hat. Vor allem in den dunklen Bildbereichen ist das Blau und Rot etwas korrigiert worden. Im Weißbereich zwischen 20 und 40 Prozent ist das Rot und Blau etwas angehoben, um dort den Grünstich etwas rauszunehmen. Es ist nur marginal, es ist tatsächlich auch mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar, aber es hat sich hier eine Veränderung getan. Auch eine Veränderung hat sich getan, tatsächlich in dem klaren Weißbereich. Im klaren Weiß hat tatsächlich AG das Rot und Blau reduziert, wodurch es jetzt hier an dieser Stelle etwas dazu kommt, dass er wieder so marginal grünstichig geworden ist. Aber das muss man auch hier wieder sagen, das sind nur 2 bis 3 Prozent weniger, das Blau und Rot an dieser Stelle, wodurch das mit dem menschlichen Auge schwer auszumachen ist. Im direkten Bildvergleich sieht man das vielleicht, weil so direkt kann man jetzt nicht sagen, ob das Bild jetzt grün ist oder nicht. Also den grünen Stich an sich hat er auf jeden Fall optisch nicht, das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterschreiben. Auf jeden Fall ist es dennoch so, dass hier die Farbwerte etwas verändert wurden. Ja, wenn wir uns jetzt noch ganz kurz das Warmweiß gemäß der D65-Norm anschauen, sehen wir hier auch im Filmmaker-Mode keine große Änderung. Der AG-CS war hier aber auch tatsächlich sehr gut und referenzverdächtig. Er hat die Warmweiß-Darstellung hier auch auf 6500 Kelvin gehalten und das auch zwischen ungefähr 60 bis 100 Prozent. In einem wichtigen Bildbereich hat er die 6500 Kelvin, wodurch wir hier jetzt beim AG-CS auch mit diesem Firmware-Update eine klare Weiß-Darstellung haben. Und hier unterstreicht das auch nochmal, dass das Reduzieren von Rot und Blau im klaren Weiß keine große Auswirkung auf die Weiß-Darstellung bekommen hat. Und wir hier weiterhin 6500 Kelvin haben und somit perfekt die Norm einhalten. Schauen wir uns nun die HDR-Spitzendigkeit und den Auto-Brightness-Limiter an. Der Auto-Brightness-Limiter beim AG-CS war ja auch eher so eine schwierige Sache und hat sich ja bei 30 Prozent Lichtanteil auch um 50 Prozent reduziert. Hier kann ich Entwarnung geben, er wurde weder verbessert noch verschlechtert. Hier haben wir tatsächlich keine Verschlechterung wie beim AG-C2 und G2, sondern der Auto-Brightness-Limiter arbeitet immer noch damit, dass wir bei 30 Prozent Lichtanteil 50 Prozent Lichtverlust haben. Das würde ich jetzt hier als okay bezeichnen. Wir haben keine Verschlechterung, dementsprechend aber auch keine Verbesserung. Also ich kann jetzt hier auch keine Wunder versprechen. Dementsprechend, der Auto-Brightness-Limiter ist auf dem Level geblieben. Schauen wir uns nun die HDR-Spitzenhelligkeit an. Und die HDR-Spitzenhelligkeit habe ich jetzt hier für dieses Video im Filmmaker-Mode getestet. Und da muss ich sagen, da hat AG tatsächlich den Rotstift angesetzt und hat den AG-CS auf das Level des AG-C2 gebracht. Vorher war es so, dass vor dem Firmware-Update hat der AG-CS tatsächlich eine HDR-Spitzenhelligkeit von ungefähr 850 Nit geliefert. Das war beim AG-C2 ja auch ungefähr 870 Nit. Der AG-C2 ist ja dann auf 800 Nit herunter und das hat jetzt auch der AG-CS bekommen. Zwischen 800 und 830 Nit bewegt er sich dementsprechend, hat AG den C2 und CS jetzt ungefähr auf ein Level gebracht. Der C2 arbeitet zwischen 780 und 730 und der CS bei mir zwischen 800 und 830. Das sind alles so kleine Nuancen, da würde ich von gleicher Helligkeit sprechen. Das sieht man mit dem Auge auch einfach nicht. Dementsprechend hat AG hier tatsächlich einfach korrigiert und hat dementsprechend die beiden Fans auf ein Level gebracht. Was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, vor allem warum der AG-C2 jetzt hier in der Helligkeit reduziert wurde und der CS dementsprechend angepasst wurde. Aber gut, das wird sicherlich irgendwelche Produktentscheidungen sein oder firmeninterne Entscheidungen, die wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal so nicht nachvollziehen können. Dennoch ist die HDR-Spitzenhelligkeit zwischen 800 und 830 Nit auf jeden Fall sehr gut zu bezeichnen und arbeitet hier vor allem in der Preisklasse Straßenpreis von ungefähr 1300 Euro auf jeden Fall auf einem sehr guten Level. Dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt ein Fazit. Auch der AG-CS profitiert deutlich von dem neuen Firmware-Update 03.20.40, ähnlich wie der AG-C2 und G2. Vor allem das Dolby Vision Precision Rendering bringt den AG-CS, was die Dolby Vision Darstellung angeht, auf ein neues Level und erhöht hier auch klar die Kluft zwischen dem C1 und auch dem CS. Und auch was die Near-Black Darstellung angeht, haben wir hier eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Vorjahr. Und das hatte auch der AG-CS tatsächlich deutlich nötig, denn da war er noch klar im Nachteil gegenüber dem AG-C2 als auch dem C1. Hier hat er jetzt nun aufgeholt und bewegt sich auf dem gleichen Level wie AG-C1 und G1 als auch der C2 vor dem Firmware-Update. Was die Farbdarstellung angeht, da haben wir festgestellt, dass wir effektiv hier von keiner großen Änderung sprechen können. Hier sind so marginale Veränderungen, dass das auch vielleicht möglicherweise auch eine Messtoleranz sein kann, wobei mehrere Messungen bei mir immer das gleiche Ergebnis erzielt haben. Daher würde ich hier schon sagen, dass hier eine kleine Veränderung vorgenommen wurde, aber die ist so marginal, dass das keinen optischen Unterschied macht. Dennoch muss man hier sagen, im Vergleich zum C2 ist der CS hier klar schlechter kalibriert im Filmmaker-Mode, um die Kluft zwischen den beiden Geräten klar aufrecht zu halten. Dementsprechend haben wir hier beim C2 eine bessere Filmmaker-Mode-Darstellung. Was die Spiele-Darstellung angeht, sind beide Fernseher immer weiterhin gleich auf und haben eine sehr gute Spiele-Darstellung. An sich, was die HDR-Spitzlehrigkeit und so weiter angeht, da haben wir tatsächlich auch keine große Änderung, zumindest was den Auto-Breitness-Limiter angeht. Der Auto-Breitness-Limiter ist hier weiterhin genauso schlecht wie vorher, ist aber nicht so schlecht wie beim AG-C2 geworden, sondern bewegt sich genauso auf dem gleichen Level wie vorher. Die HDR-Spitzlehrigkeit hat aber hier tatsächlich auch genauso wie beim C2 und G2 etwas gelitten und arbeitet jetzt nicht mal auf ungefähr 850 Nits, sondern eher zwischen 800 und 830 Nits. Das sind aber auch Nuancen, die wir wirklich mit dem menschlichen Auge nicht sehen und sind wahrscheinlich reine Produktentscheidungen, die hier zugunsten des Gerätes wahrscheinlich angepasst wurden. Denn 830 Nits ist für ein OLED-TV eine enorme Leistung und bietet eine sehr gute HDR-Darstellung. Ja, auf jeden Fall, unter dem Strich kann man sagen, dass der AG-CS deutlich profitiert hat von dem neuen Firmware-Update und der AG-CS hier deutlich nach vorne gestoßen ist und für einen Preis von 1300 Euro kann man hier einfach nichts sagen, außer wirklich gut. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. In diesem Video haben wir uns das neue Firmware-Update 03.20.40 für den AG-CS genauer angeschaut und haben vor allem festgestellt, dass Dolby Vision Precision Running auch den CS ordentlich Beine macht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Firmware-Analysen nicht verpassen wollt, dann solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen, sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurem OLED und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!